Wir haben eine SMS-Kurznachricht für Sie. Die Nachricht lautet... Mission 1 erfüllt, Ausrufezeichen, Plakate, 8 Komma, Verhaftungen, 0. Mission 2 folgt, Punkt, hol den Vorschlag, Anna. Mission 2 Komm auf die Straße, komm her zu mir, überall rum und geland, halb zerknönt. Sieht so aus, als hätten die unser Denkmal heute Nacht schon, ohne uns enttönt. Hol den Vorschlag, Anna, sie haben uns ein Denkmal gebaut. Und jeder von den Juden weiß, dass es die Liebe versaut. Ich hätte schlechtes Sprayer dieser Stadt organisieren sollen. Nachts noch die Trümmer mit Parolen beschmieren. Komm auf die Beine, komm her zu mir, es wird bald hell und wir haben nicht ewig Zeit. Wenn uns jetzt hier wer erwischt, sind wir für immer vereint in den Ton und Seligkeit. Hol den Vorschlag, Hammer! Sie haben uns ein Denkmal gebaut. Und jeder von den Juden weiß, dass es die Liebe versaut. Und ich hätte schlechtes Sprayer dieser Stadt organisieren sollen. Und jeder von der Nacht noch die Trümmer mit Parolen beschmieren. Sieht so die Hinschütter unter, weil wir ihnen schmieren. Da steht in beiden Aschen, wir sagen Ewigkeit in den Juden. Sie haben uns ein Denkmal gebaut. Und jeder von den Juden weiß, dass es die Liebe versaut. Ich werd die schlechtesten Square dieser Stadt engagiert und nachts noch die Trümmer mit Parolen beschmiert. Und sie machen uns ein Denkmal gebaut und jeder Apollidiot weiß, dass sie die versaut. Ich werd die schlechtesten Square dieser Stadt engagiert und nachts noch die Trümmer mit Parolen beschmiert. Ich werde die Trümmer mit Parolen beschmiert.